Herzlich Willkommen zu DigiDigga, deinem Podcast rund um New Work, digitales Mindset und Entrepreneurship. Heute haben wir eine für uns eher ungewöhnliche Gesprächskonstellation. Tim, ich gebe das Mic direkt an dich rüber. Was machen wir denn heute eigentlich? Wir haben heute, ich würde sagen, ein Doppelinterview. Nämlich, du hüpfst aus deiner Rolle als Podcast-Husse heraus und setzt dich auf die andere Seite des Tischs. Da sitzt du aber nicht alleine, sondern da sitzt du mit Basti. Hi Basti, schön, dass du da bist. Um es mit Felix Worten zu fragen, wer bist du und was machst du? Hi, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Bastian Schiller. Ich bin Performance-Marketer und das schon so seit etwa 15 Jahren. Also Performance-Marketing umfasst alle Online-Marketing-Aktivitäten, die irgendein Ziel haben, sei es mehr Umsatz zu generieren, sei es neue Menschen anzusprechen. Und in dem Bereich tummel ich mich, wie gesagt, seit Ende der Nullerjahre. Also schon richtig, richtig lange. Wie kommt es, dass du dann vielleicht vor einiger Zeit dich noch mal verändert hast? Also ich kenne Felix schon sehr, sehr lange, seit, ja ich würde sagen seit mindestens 20 Jahren und wir haben im beruflichen Kontext auch immer schon miteinander zu tun gehabt und haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass auch in dem ganzen Thema Personal und vor allen Dingen aber auch im Recruiting immer mehr Nachfragen nach Online-Marketing-Maßnahmen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, gefragt wird. Das ist ein Thema, was immer stärker aufkommt. Und so haben wir uns entschlossen, unsere Kräfte zu bündeln und haben vor ziemlich genau einem Jahr die Performance-Recruiting-Agentur Hanso Recruiting gegründet. Das hört sich ja erstmal ungewöhnlich an, also Performance-Marketing und Recruiting. Felix, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Ja, auf dem Recruiting-Markt gibt es ja seit einiger Zeit den Trend, es auch Performance-Recruiting zu nennen. Wir haben es nochmal erweitert und irgendwie Social-Performance-Recruiting draus gemacht. Ja, und wie Basti erzählt hat, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Aus meiner Perspektive ist Basti einer der besten Performance-Marketeers, die es in Deutschland gibt. Und wir waren immer schon miteinander verbandelt, sowohl freundschaftlich als auch professionell. Und haben dann eben gesagt, lass uns doch einfach nochmal gucken, wie wir Kräfte bündeln können, wie wir Synergien schaffen können. Und vor allen Dingen auch für die bestehenden Businesses, die wir betreiben, eine gute Ergänzung schaffen können. Und da gehen eben Marketing und Recruiting Hand in Hand. Weil Recruiting die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden ja sowieso schon immer Marketing und Sales Aspekte gehabt hat. Und das natürlich in der heutigen Zeit online hervorragend gut geht. Und das geht eben auch über das, was wir zum Beispiel mit Rebel Recruiting machen. Also die offensive Direktansprache natürlich auch über Lead-Generierung, über Funnels, über Online-Tools funktioniert. Und das machen wir seit einem Jahr gemeinsam. Sehr cool. Und du hast gesagt, ihr macht einen Unterschied. Ihr seid nicht Performance Recruiting, sondern Social Performance Recruiting. Was macht ihr anders? Also der größte Unterschied ist, dass wir in den Bereichen nicht nur eine, sag ich mal, eine Plakatwerbung reinbringen mit, hey, das ist unser Job, sondern dass wir eben die Aspekte, wie in sozialen Medien kommuniziert wird, aufgreifen. Und dass unsere Werbebotschaften eben angepasst sind, dass sie sich einfügen in das Umfeld des sozialen Netzwerks. Also eine Werbebotschaft auf LinkedIn sieht komplett anders aus als eine Botschaft auf TikTok zum Beispiel, weil wir für die Zielgruppe kommunizieren und nicht einfach nur quasi das, was wir gerne möchten, auf die Zielgruppe projizieren wollen. Und darüber hinaus hat es eben auch noch eine soziale Komponente, weil wir ja dann Botschafter der Arbeitgebermarke unserer Auftraggebenden werden und auch andersrum Mensch und Organisation zusammenbringen wollen. Schnell, effizient und effektiv. Aber es natürlich um Menschen geht, also hat es einfach auch diese soziale Komponente dahinter. Und sag mal, warum sollte ich nicht einfach meine bestehende Performance-Marketing-Agentur damit betreuen? Weil denen, weil denen, sorry, dass ich das direkt beantworte, aber denen fehlt neben dem Wissen, was sie vielleicht in Ansätzen so gut können wie der Basti, vielleicht fehlt denen auf jeden Fall mein Wissen, weil die haben keine Ahnung von Recruiting. Und ich glaube, was man da auf jeden Fall auch noch bedenken muss, ist, dass wenn eine Performance-Agentur hauptsächlich sich darum bemüht, Items in einem Online-Shop zu verkaufen und Umsätze nach oben zu treiben, glaube ich, ist es ganz wichtig, bei einer Sache wie einem neuen Job zu beginnen. Das ist eine andere Liga, als wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt ein neues Paar Schuhe. Und immer mit dem Blick darauf, dass auf der anderen Seite der Mensch, der diese Werbung sieht, ja wirklich ein Mensch ist und nicht eine Suppe aus Daten und Zahlen, die irgendwas machen soll. Ich glaube, da gibt es nochmal einen wirklich großen Unterschied zu sehen, wer ist denn eigentlich der Empfänger der Botschaft? Und wie wird auch danach mit diesen Menschen umgegangen, weil du könntest natürlich einfach nur Datenpakete weiterwerfen an deinen Auftraggeber. Aber das ist genau das, was Felix gerade auch gesagt hat, die Recruiting-Expertise, die aus den Online-Marketing-Maßnahmen entstandene Kommunikation mit Kandidaten, dann wirklich auch zielführend für beide Seiten auch zum Ende zu bringen. Ich glaube, was uns eben auch motiviert, das zusammenzumachen, ist, dass wir in unseren Fachgebieten auf einem sehr ähnlich hohen Level uns bewegen, weil wir beide einfach das schon jeweils 15 Jahre machen, so unsere Gewerke. Und das eben dann kombiniert in eine Form gegossen haben, wo wir denken, dass wir dem Kunden oder der Kundin einfach den größten Mehrwert schaffen können. Und das macht ihr dadurch, dass ihr die Expertise zusammenbringt. Damit wäre ich bei dir, Felix. Es gibt ja noch Rebel Recruiting. Siehst du, Hanso, dann eher als Ergänzung oder als Kannibalisierung oder vielleicht auch als ganz was anderes? Nee, das ist die perfekte Ergänzung, weil wir nochmal eine andere Zielgruppe auch von Positionen targetisieren. Das sind eher Juniorigere und eher Einstiegspositionen, eher ein breiter gefächertes Spektrum, weil wir sagen können, dass wir dich schnell in Kontakt bringen können mit vielen Menschen für deine Position, wohingegen wir bei Rebel sehr detailliert die eine Person über Headhunting und Active Sourcing für dich finden. Es gibt natürlich Schnittmengen zwischen beiden, aber im Großen sind die Synergien perfekt. Weil wenn jetzt eine Unternehmung auf mich zukommt und sagt, hey Felix, ich habe eine Herausforderung in meinem Recruiting, dann kann ich sie auf jeden Fall für dich lösen. Weil je nachdem, in welchem Skillbereich und auch in welchem, in Anführungszeichen, Senioritätsgrad sich die Position bewegt, und auch wie schnell das gehen muss, kann ich sie entweder an Hanso geben oder an Rebel geben, sodass sie sich perfekt ergänzt. Und auch die beiden sind ja schon fast Schwesterorganisationen, eben miteinander arbeiten und wir auch einfach Leads zwischen uns die ganze Zeit hin und her spielen. Weil wir oft eben auch Anfragen zum Beispiel bei Rebel haben, wo ich als Rebel sagen muss, hey sorry, da kann ich dir nicht helfen, wo es aber perfekt für uns zu Hanso passt und andersrum. Also wenn jetzt jemand auf Hanso zukommt und sagt, ich suche den einen CIO, den finde ich wahrscheinlich nicht in den sozialen Netzwerken über die Tools, die wir da bespielen. Rebel findet den natürlich für dich. Und deswegen ergänzt es sich perfekt und ich bin sozusagen auf meiner persönlichen unternehmerischen Reise total happy, an diesem Punkt jetzt zu sein, wo ich eben auch mit unterschiedlichen Lösungsangeboten zu einem Unternehmen gehen kann und sage, ich löse einfach deine Probleme. Und in Teilen haben wir auch Kunden, wo wir einfach beides parallel machen, weil es unterschiedliche Bereiche und auch unterschiedliche Gewerke sind, die sehr harmonisch nebeneinander existieren und sich sogar noch beflügeln, denn kannibalisieren. Also ich feiere es extrem. Man könnte sagen, deswegen habe ich es ja gemacht. Und wie ist es für dich, Basti? Also du kommst ja aus dem Performance-Marketing und hast eben gesagt, es ist sehr datengetrieben, sehr zahlengetrieben. Ich schiebe Datenpakete durch die Gegend. Wie ist die Arbeit für dich anders bei Hanso, wo es ja dann darum geht, nicht einen anonymen Lead, sondern halt den perfekten Match, den perfekten Mensch zu finden? Ja, ich glaube, die größte Herausforderung da ist, wie du gerade auch in der Frage schon formuliert hast, den perfekten Match zu finden und nicht einfach die Masse möglichst zu maximieren. Und das ist für uns auch so die Herausforderung, der wir uns dann gerne stellen, aus einer gewissen Anzahl von Leads danach in Gesprächen die perfekte Person zu finden, die dann auch zu unserem Kunden passt. Und gleichzeitig habe ich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, müssen wir, entgegen zu dem, was ich halt gelernt habe, auch manchmal schauen, dass wir nicht zu schnell sind, weil es auch für den Kunden im Endeffekt gar nicht ein Vorteil, sondern ein Hinderungsgrund sein kann, wenn wir einfach zu viele Kandidaten in kurzer Zeit liefern und auf Kundenseite dann die Personalabteilungen auf einmal einen immensen Aufwand haben. Und wir wollen ja mit unserer Lösung Aufwand vermeiden und unseren Kunden Zeit sparen. Und da versuchen wir dann immer so die perfekte Balance zu finden. Dann warst du gerade quasi schon ein Stück weit in der Mitte des Prozesses. Erklärt mir doch mal, wenn ich jetzt Performance Recruiting mit Hand so machen will, wie läuft das ab? Also was muss ich euch geben? Was sind die Schritte, die passieren? Und wie werde ich als Personalabteilung auch involviert? Genau. Wir haben, glaube ich, einen großen Vorteil. Also das kriegen wir zumindest so zurückgefeedback, dass die Personalabteilung mit uns arbeiten kann und nicht im Unternehmen noch andere Abteilungen involvieren muss. Zwar Mitarbeiter der Fachabteilung, die uns Informationen liefern, aber wir übernehmen die komplette Kreation der Werbeinhalt und die Ausspielung. Das heißt, intern müssen keine Runden gedreht werden über die Firmen, interne Grafik oder andere Abteilungen. Dadurch können wir relativ schnell agieren und kriegen von den Mitarbeitern der Personalabteilung wirklich hervorragend viele Informationen, die wir dann online auf eine Zielpersona, also die Person, die wir erreichen wollen, umsetzen und sind, glaube ich, dann auch relativ schnell damit, wenn wir das einmal haben, dann Ergebnisse zu erzielen. Also da haben wir schon viele Fälle gehabt, wo wir innerhalb von fünf Tagen, also montags gestartet und freitags die Ergebnisse da haben, sind wir, glaube ich, relativ schnell unterwegs. Ich glaube, was wichtig dabei ist zu sagen, ist, dass wir am Ende des Tages eben Recruiting-Dienstleistungen anbieten und keine Werbemaßnahmen. Also das Unternehmen, das ist auch aus Unternehmenssicht halt interessant, weil welches Budget zapfe ich eigentlich an und welche Freigaben brauche ich? Weil viele, du hast ja auch vorhin gefragt, was machen andere Performance-Marketing-Agenturen anders? Bei uns, wir fassen die Kanäle der Kundin nicht an, sondern wir machen alles über unsere eigenen Werbeplattformen, über unsere eigenen Kanäle und was wir am Ende des Tages verkaufen, ist der Kontakt zu potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen und nicht die Werbemaßnahme. Das ist, wie wir da drankommen. Das ist aber was, was wir für uns intern machen. Wir haben auch noch ein Add-on, was du theoretisch buchen kannst, wie wir auch mit Hanso in Active Sourcing gehen, wenn das Sinn macht. Aber das ist der große und auch wichtige Unterschied für mich, wenn ich das als Kunde buche, weil ich verbuche es eben als Recruiting-Maßnahme. Ich brauche, es ist kein Marketing-Budget. Ich brauche nicht noch die Marketing-Abteilung, die PR-Abteilung und noch jemanden, der das sozusagen freigibt. Weil wenn wir mit einer großen Organisation arbeiten, wir haben einige für uns gewinnen dürfen schon in diesem Jahr, deren soziale Netzwerke anzufassen. Das ist schier unmöglich. Und dafür haben die ja auch ihre eigenen Abteilungen, ihre eigenen Marketing, ihre Marketeers. Das heißt, wir machen das alles über unsere Kanäle, über unsere Werbekonten, haben deswegen auch volle Kontrolle darüber und liefern dir als Unternehmen am Ende des Tages den Kontakt zu den Leuten, die du einstellen kannst. Und wie liefert ihr den? Also genau, wie kommen die als Paket, als PDF, als anonymes irgendwas? Also was bekomme ich von euch, wenn ich jetzt verschiedene Phasen durchlaufen habe und die erste Kandidatin bereitstellen könnte? Also du bekommst von uns einen Zugang zu unserer Umgebung, also zu unserem ATS, Applicant Tracking System oder CRM, je nachdem, auf welche Seite wir gucken. Aber natürlich haben wir einen geschlossenen Raum, in dem wir komplett DSGVO-konform dir einen Zugang und einen Blick auf die Daten geben können. Weil das ist natürlich gerade, wenn wir mit personenbezogenen Daten arbeiten, exorbitant wichtig, dass das alles korrekt läuft. Und das heißt, wir sind so flexibel, je nachdem, wenn du ein eigenes Tool hast, können wir die Daten in dein Tool reinspielen, nachdem die Menschen uns das genehmigt haben. Oder wir geben dir Zugriff auf unser Tool, da kannst du dir alles runterladen und dann kannst du, je nachdem, welchen Detailgrad du von uns willst, mit den Menschen in Kontakt treten und sie dann in deine eigenen Recruiting-Prozesse einfließen lassen. Weil wir sind sozusagen der vorgeschaltete Dienstleister, der deine Recruiting-Prozesse mit mehr Bewerbenden und mit mehr Daten von Bewerberinnen und Bewerbern befüllt. Und du führst sie dann bei dir durch deinen Prozess selber. Wenn du dabei Hilfe brauchst, können wir das natürlich machen. Aber eigentlich so gedacht, wir bringen dich in Kontakt mit Leuten auf eine natürlich 100%ig GVO-konforme Art und Weise. Sehr schön gesagt. Dann lasst uns doch nochmal einen Schritt weitergehen. Und ihr habt eben darüber gesprochen, was so die Kombination ausmacht aus euren beiden Kompetenzen, aus den Kompetenzen von Gravel und Hansu. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, dafür nochmal neu zu gründen? Und was waren vielleicht auch die Herausforderungen, jetzt nochmal neu zu gründen oder auch die Learnings, die ihr gemacht habt? Ja, ich glaube, dass wir während der Pandemie-Zeit hatten wir auch relativ viel Kontakt, auch wenn es dann leider nur digital war. Und haben beide gemerkt, dass dieses Thema digitales Recruiting über Social-Media-Anzeigen immer häufiger auftaucht. Also teilweise auch nicht nur im Personalkontext, sondern auch, dass Freunde von mir mir erzählt haben, dass sie da Anzeigen gesehen haben, wo sie interessante neue Karrieremöglichkeiten gesehen haben und überlegen, sich darauf zu bewerben. Und ich glaube, in dem zweiten Pandemie-Jahr wirklich vermehrt dieses Thema wahrgenommen. Und dann habe ich mit Felix darüber gesprochen und er hat Ähnliches berichtet. Und dann war es so ein bisschen die logische Konsequenz, dass wir sagen, wir versuchen mal in diesem Markt Fuß zu fassen und würde bisher sagen, das ist uns auch ganz gut gelungen, jetzt nach dem ersten Jahr. Ja, es war irgendwie so der konsequente nächste Schritt, aus Dingen zusammenzumachen und irgendwie Projekten, die wir beide einzeln hatten, zusammenzuführen, um auch unser beider Portfolios sozusagen nochmal zu ergänzen und dem Markt eben auch einen Mehrwert zu bieten, den es aus meiner Sicht, aus Recruiting-Sicht so noch nicht gegeben hat. Weil es gibt total viele Anbieter von, auch Performance-Recruiting oder die es so ähnlich nennen mittlerweile, die aber oft aus meiner Wahrnehmung eben ausschließlich aus diesem Funnel-getriebenen Denkweise kommen und eigentlich Leads verkaufen. Also eher früher Turnschuhe verkauft haben und meist ja eben auch irgendwie anderen Generationen entspringen. Und deswegen dachte ich halt, ey, das ist super cool, dass wir das einfach auch nochmal zusammen machen, da gemeinsam nach vorne gehen und vor allen Dingen eben auch durch die Gründung dann auch nochmal aus unternehmerischer Sicht natürlich irgendwie eine Risikostreuung für uns selber betreuen, aber auch nochmal als Arbeitgebender auftreten, auch die Learnings aus Dingen, die wir beide auch aus vorherigen Gründungen mitgenommen haben, nochmal anpassen können und vor allen Dingen auch für die anderen Organisationen einfach Synergieeffekte erzeugen, die es ohne das nicht hätte geben können. Was waren die Hauptlearnings, die ihr mit in die Gründung einfließen lassen konntet? Ich glaube zunächst mal, dass wir, bevor wir angefangen haben, wirklich damit zu werben, das ist unsere Dienstleistung und jetzt lasst uns mal zusammen losgehen, haben wir mit vielen Kontakten aus unseren Netzwerken, die eben in den Personalabteilungen arbeiten, gesprochen und da erstmal gefragt, was ist denn eigentlich die perfekte Lösung für euch? Weil wir haben eine Idee gehabt, was wir anbieten wollen und dann ist natürlich die Frage, ist denn das, was wir spannend finden, aber ist das auch was, was auf der anderen Seite einen Mehrwert bietet und ich glaube, der größte Vorteil ist dann, auch das Leben des Gegenüber erleichtert und da haben wir gerade zum Anfang die Idee, die wir haben von der Dienstleistung, die wir anbieten, nochmal geschliffen und sehr viel Wert darauf gelegt, erstmal mit einem guten Produkt an den Start zu gehen. Ich glaube, die ersten drei, vier Monate waren davon geprägt, bevor wir versucht haben, danach natürlich auch mit möglichst vielen Kunden zu arbeiten, aber erstmal wirklich so die Dienstleistung so aufzubauen, dass der Kunde sagt, genau das ist das, was mir mein Leben und meinen Arbeitsalltag erleichtert. Aus meiner Sicht, um das noch zu ergänzen, war es, da haben wir am Anfang auch viel darüber gesprochen, dass es halt von Anfang der ersten Sekunde an 100% eine Remote Company ist. Das habe ich so in der Konstellation vorher auch nicht gemacht, weil Rebel ist Hybrid, würde ich sagen. Also wir haben Leute, die 100% Remote arbeiten, aber nicht die ganze Firma ist Remote aufgebaut. Das ist hier ein Learning, was wir sozusagen mit reingenommen haben und das Zweite ist, dass wir von vornherein auf Skalierbarkeit achten wollten und halt gesagt haben, okay, wir wollen das gerne skalieren und wir wollen es vor allen Dingen auch international skalieren, weil aus meiner Sicht das auch noch was ist, mit Rebel sind wir auf dem deutschsprachigen Raum unterwegs, mit Hanso gerade, gerade auch aus Bastis Marketingbrille sind natürlich auch andere Märkte und englischsprachige Märkte halt auch super interessant. Da sind wir in Teilen, also wir haben einen sehr großen Kunden auf dem amerikanischen Markt gewonnen, für den wir sehr umtriebig sind da. Also ja, doch, wir sind in Teilen schon da und das sind halt auch nochmal Dinge, das finde ich auch so aus unternehmerischer Sicht total spannend, weil wir, glaube ich, beide aus vorherigen Dingen Themen mitbringen konnten, aber jetzt auch Themen, die wir hier machen, wieder zurückbringen können. Also auch, weil, was ich irgendwie mit Hanso mache und mit Hanso lerne, kann ich auch wieder bei Rebel einbringen. Wir können potenzielle neue Geschäftspartner auch von zwei Seiten kontaktieren und irgendwie mit ihnen darüber sprechen, hey, wir können dir vielleicht mit der Lösung helfen oder mit der. Ja, aber so die Hauptdinge, die ich irgendwie mit einbringen wollte und über die wir viel gesprochen haben, sind irgendwie 100% Remote, eine gute Skalierbarkeit, eine gute Digitalisierung und vor allen Dingen auch, weil wir beide ja auch andere Dinge machen, Effizienz und Effektivität, weil wir beide keine Zeit haben, jetzt in Hanso die klassischen Gründungs- 80-Wochenstunden zu investieren. Also die gibt es irgendwie nicht. Also die stehen einfach nicht zur Verfügung, selbst wenn wir wollten. Das heißt, wir müssen es gezwungenerweise anders machen, was gut ist. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass dadurch, dass wir sowieso auch nicht in der gleichen Stadt wohnen und von Anfang an auch gesagt haben, wir wollen remote arbeiten, auch mit den Mitarbeitern, die uns dabei unterstützen, dass wir zwar viel miteinander reden und auch ausreichend miteinander reden, wir aber nicht, ich sag mal so, ins Labern kommen, dass man sich, jeder holt sich einen Kaffee und dann setzt man sich hin und dann ist eine halbe Stunde irgendwie vergangen, was natürlich auch schön ist, wenn du dir das leisten kannst. Aber jetzt, wo wir wirklich sehr effizient arbeiten wollen und das gerade auch nötig ist, kriegen wir das mit der Lösung extrem gut hin. Und ich würde sagen, wir kommunizieren sehr viel, aber jeweils sehr kurz. Also wir haben mindestens einmal am Tag Themen, über die wir uns austauschen, aber das ist dann vielleicht ein Zwei-Minuten-Anruf. Das sind zwei schnelle Nachrichten online geschrieben und das nehme ich jedenfalls als sehr effizient wahr. Sprachnachrichten, Beste. Ja. Wie scheut ihr eigentlich euer Unternehmen über WhatsApp-Sprachnachrichten? Ihr? Ja. Schöne Sache. Dann sagt mir doch nochmal, wenn ich jetzt sage, finde ich spannend und würde ich machen, was sind die ersten Schritte, die ich gehen sollte? Was sollte ich im Idealfall auch vorbereitet haben, bevor ich bei euch aufschlage? Also das Wichtigste ist, dass du weißt, wen du eigentlich gefunden haben möchtest. Also, dass du sozusagen weißt, welche Problemstellungen habe ich überhaupt? Warum möchte ich jemanden hiren? Was soll die Person für mich machen? Und das halt klar hast. Also, wen suchst du? Das heißt, wen dürfen wir für dich finden? Weil was wir brauchen, ist halt schon ein detailliertes Briefing, in dem wir verstehen, wer bist du? Was treibt dich um als Unternehmen? Wen suchst du? Wer passt dazu? Was für Skills brauchst du? Welche Location brauchst du? Welche Sprachen brauchst du? Und wie schnell brauchst du die Leute? Also, was aber auch ein Prozess ist, durch den wir dich durchleiten können natürlich. Aber je klarer du sozusagen, um im Marketing-Sprech zu sein, deine Persona, im Recruiting-Sprech, dein Anforderungsprofil an eine potenzielle Person hast und das auch noch ergänzen kannst, und dann wird's gut, warum du eine gute, ein gutes, arbeitgebendes Unternehmen bist, damit wir die Story dann raustragen können in unsere Kanäle, dann können wir dir super schnell helfen. Ich würde noch ergänzen, eine Sache, die du nicht brauchst, wenn du mit uns arbeiten möchtest, ist ein Riesenaufwand an visuellen Darstellungsformen, also das übernehmen wir alles. Wir brauchen sehr konkret die Beschreibung und die Botschaft und die Umsetzung machen wir, weil in unserem Ansatz, das würde ich kurz auch noch hinzufügen, ist es wichtig, dass wir mit vielen verschiedenen Werbemitteln gleichzeitig arbeiten und das ist oft für Personalabteilungen was Neues, dass sie sagen, oh, wir brauchen nicht nur ein Bild, wo drauf steht, worum es eigentlich geht, sondern wir brauchen zwei verschiedene Bilder und im besten Fall auch noch zwei Videos gleichzeitig. Die lassen wir gleichzeitig laufen und sehen dann, wo sind der Menschen, die am meisten drauf anspringen und wir kriegen quasi so eine kleine Marktforschung auch mit dabei raus, was Kandidaten, Kandidatinnen am meisten triggert, sodass sie wirklich sagen, oh, das klingt sehr spannend, da möchte ich mich jetzt bewerben und das ist was, wo ich das Gefühl habe, das ist was Neues, was sehr gut angenommen wird, weil von Personalseite da sehr stark nachgefragt wird und sehr starkes Interesse auch an den Themen besteht. Naja, und was du auf jeden Fall auch mitbringen solltest, damit es optimal für dich läuft, ist halt ein wirklicher Wille an einer Partnerschaft auf Augenhöhe, langfristig betrachtet, weil ja, in der Theorie, wir können Spot-Business machen, also wir können dir schnell irgendwie Leute liefern, die du jetzt einstellen kannst, aber wirklich gut wird es halt, wenn wir uns kennenlernen, wenn die Algorithmen lernen, wenn wir lernen, wenn wir wirklich verstanden haben, wer du bist und auch unser Modell zielt halt auch auf eine mittel- bis langfristige Zusammenarbeit ab, die für dich immer spannender wird, je länger wir das für dich machen dürfen. Brauche ich eine klassische Stellenausschreibung? Nein. Brauche ich eine geschlossene Frage? Du kriegst eine geschlossene Antwort. Nein. Was hast du gesagt? Ob du die überhaupt noch brauchst? Ja. Jein. Ich glaube, es ist gut, eine klassische Stellenausschreibung zu haben, um in einem klassischen Sinne zu überlegen, wen suchen wir eigentlich und auch die traditionellen Pfade nicht ganz unbegangen zu lassen. Also, weil, ja, in meinem Recruiting-Spräch ist Stellenanzeige ist Post and Pray. Also, ich tue sie irgendwo hin und dann hoffe ich, dass die zufällig der richtige Mensch sieht. Das alleine wird nicht zum Erfolg führen. Die aber angereichert eben durch neue Medien in die Feeds der richtigen Leute zu bringen, das bringt halt schon was. wirklich gut wird es halt, wenn deine Stellenausschreibung dann neue Medien enthält und eben ein Video dabei ist, eine Grafik dabei ist und mir vor allen Dingen einen wirklichen Einblick dahin gibt, wen suchst du eigentlich und was bietest du? Und vor allen Dingen, die dich auch nochmal darstellt und mir als Mensch, der dann sagt, ich könnte mir vorstellen, das zu machen, auf Augenhöhe begegnet und auf diese ganzen Bullshit-Floskeln verzichtet, weil da brauche ich, also, dass du teamfähig sein sollst und ihr ein super Team seid, ja, können wir uns schenken, weil im Zweifelsfall stimmt es auf beiden Seiten nicht. Oder eben doch, aber dann ist es auch gut. Aber so diese Floskeln, die können wir, die können wir, glaube ich, weglassen. Wohingegen, wir sehen, der Trend geht dahin und mehr Unternehmen trauen sich das, aber die wirklich relevanten Dinge für den Menschen, den ich erreichen will, sowas wie, wie viel Kohle zahlt mein Gegenüber eigentlich dafür. Also wie ist eigentlich das Gehaltsniveau? Ist es remote? Ist es hybrid? Was sind wirkliche Benefits über einen Obstkorb hinaus? Also, reichere das mit wirklich für meine Zielgruppe relevanten Informationen an und höre halt auf, Bullshit-Floskeln um dich herum zu werfen und zu versuchen, halt im Recruiting-Bingo zu gewinnen, weil das bringt halt nichts. Ja, und zusätzlich hast du ja auch, wenn du eine normale Ausschreibung machst für die Stelle, auch nur die Kandidaten, die gerade aktiv auf der Suche sind und sich selber über die Portale bewegen und wir erreichen ja zusätzlich noch passende Kandidatinnen, die vielleicht gar nicht aktiv auf der Suche sind, trotzdem Interesse haben und auch da können ja wirklich super spannende Menschen dabei sein. latent wechselwillig. Die meisten Menschen. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank. Wir haben einen kleinen Ritt gemacht in relativ kompakter Zeit sogar, wenn ich drauf schaue. Wir haben darüber gesprochen, wo ihr beide eure Erfahrungsschätze herbringt. Felix auf der einen Seite mit über 15 Jahren Erfahrung im Recruiting und im passenden Menschen für tolle Jobs finden, warst ihr auf der anderen Seite mit super viel Erfahrung im Performance-Marketing und im Online-Marketing und dieses Wissen habt ihr zusammengeschmiedet in eine Social-Performance-Recruiting-Agentur, HANSO, die sich halt auch bewusst das Social vornherein geschrieben hat, also zu schauen, wie baue ich die Botschaften so, dass sie sich im Umfeld des Netzwerks einfügen, dass die Kommunikation mit Fokus und auf Augenhöhe mit den Zielgruppen stattfindet, aber auch das Social, weil ihr natürlich mit Menschen spricht und auch BotschafterInnen der Arbeitgeber-Marken seid. Das fand ich total spannend und auch einfach so ein bisschen die Perspektiven zu sehen, also dass du, Felix, sagst, dass HANSO die perfekte Ergänzung zu Revell ist und dass sich das gegenseitig bereichert, dass ihr halt Kundinnen sowohl mit sehr spezifischen Headhunting-Stellen bedienen könnt, aber halt auch auf viel breiteren Positionen mit HANSO eine super Lösung geben könnt und halt für die passenden Kundenanforderungen immer die entsprechende Lösung habt und auch gleichzeitig deine Perspektive, Basti, dass du halt sagst, es macht halt einfach viel mehr Spaß zu sagen, wir gucken halt nicht nur auf Zahlen und wir gucken nicht nur, dass wir Masse generieren, sondern dass wir halt eben den Perfect Match finden, dass wir halt eine gewisse Anzahl an Leads finden und dabei nicht zu performanceig werden im Sinne von zu viele Kandidatinnen in den zu kurzer Zeit liefern, um halt auch die Personalabteilung nicht zu überfordern. Fand ich total spannend. Dann haben wir über den Prozess und die Schritte gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, was war mit all so dem Wissen, was ihr habt und auch der unternehmerischen Erfahrung, die ihr habt, die Dinge, die ihr jetzt vielleicht auch anders gemacht habt und ich fand es zusammen total gut zu hören, dass ihr euch vorher die Köpfe zusammengesteckt und eine Idee formiert habt, aber dann natürlich auch mit euren bestehenden Kontakten ganz viel gesprochen habt und zu schauen, ist das Angebot oder die Lösung, die ihr im Kopf habt, halt auch die, die auf der anderen Seite wirklich für eine Entlastung sorgt, eine Dienstleistung, die halt das Leben und den Arbeitsalltag erleichtert und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wie baut ihr die Company strukturell auf, dass sie von Anfang an auf Remote ausgerichtet ist, dass sie von vornherein auf hohe Skalierbarkeit auch in einem internationalen Kontext ausgerichtet ist und Effizienz und Effektivität vielleicht noch eine andere Rolle spielen als in einem anderen Kontext und da kommt das Performance-Marketing dann wieder durch und zuletzt haben wir darüber gesprochen, was sollte ich alles mitbringen, wenn ich zu euch komme und ich glaube, die Bottomline ist, Frost können weglassen und wirklich relevante Dinge für den Menschen, den ich erreichen will, wirkliche Benefits parat haben, den Willen haben, langfristig mit euch zusammenarbeiten, weil desto mehr ihr als Menschen das Gegenüber kennenlernt, aber auch desto besser die Algorithmen, das Unternehmen und die Kandidatinnen kennenlernen, desto besser wird halt auch das Recruiting, was hinten rauskommt. Vielen Dank euch an dieser Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über Performance-Recruiting zu sprechen. Danke dir. Nichts wird am Ende so gut wie deine Zusammenfassung. Ich bin immer wieder begeistert, jetzt ja nochmal aus einer anderen Perspektive das zu hören. also vielen Dank auf jeden Fall auch dafür. Danke auch euch da draußen, die ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr ja aufmerksame ZuhörerInnen unseres Podcasts seid, wisst ihr, dass am Ende immer noch eine Checkout-Frage vom Tim kommt. Basti, die geht zuerst an dich, dann an mich und dann können wir sie an Tim zurückgeben. Was ist eine Sache, die du nicht brauchst oder bei der du bemerkt hast, dass du sie nicht brauchst? Bei mir ist es Erkältung. E-Mails. Bei dir Tim? Und etwas, auf das du bewusst verzichten kannst? E-Mails ist auf jeden Fall, damit hast du auf jeden Fall den Vogel schon abgeschossen, Basti, das war geil. Ja, also ich weiß nicht, wir haben uns fast gar keine E-Mails geschrieben, außer wir mussten Dateien anhängen und ich glaube, das hat uns sehr, sehr viel Zeit gespart und tut es auch weiterhin. Und ich glaube, das war ein bisschen beibehalten. Wenn du schon eine E-Mail-Bomb gedroppt hast, dann waren dann neben Erkältung Meetings. Das brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Also manchmal, klar, aber wenn sie fokussiert, gut strukturiert und zielorientiert sind, dann gerne, aber unnütze Meetings, davon gibt es einfach viel zu viele und die brauche ich genauso dringend wie die Männergrippe. Und du, Tim? Ich habe die Frage ja schon vorher gesehen und habe überlegt, aber ich hatte ad hoc keine Eingebung, außer ein Brotgärkorb. Wird einem in Social Networks verkauft, also dass das das Ding ist, wenn du dein Brot den Zeig selber machst und gehen lässt. Mein Fehler war, ich habe ihn nicht genug mit Mehl eingestäubt und deswegen war das ziemlich gut und dann habe ich darauf verzichtet und ich habe es nicht vermisst. Okay, wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen, aber ja gut, danke dafür. Okay, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, Tim, dass du uns durchmoderiert hast, war eine ganz interessante Erfahrung für mich auch aus unternehmerischer Sicht nochmal darüber zu berichten, wobei wir auch schon mal über Jungmund und über Rebel eine Folge gemacht haben, aber in dieser Konstellation fand ich das mega. Danke an euch da draußen, die ihr bis hierhin zugehört habt in den Shownotes findet ihr alle Infos über Hanso, aber vor allen Dingen dürft ihr auch uns dabei helfen, DigiDigger weiter zu verbreiten, also teilt gerne diese Folge, kommentiert sie gerne, lasst uns eure Gedanken da und vor allen Dingen gebt uns auch fünf Sterne Deluxe Bewertungen, weil auch die, die helfen uns weiter. Wenn ihr es fühlt, würde uns das sehr helfen. Vielen Dank und bis ganz bald. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.